Oh, du Dreck! Gleich getroffen, ja. Hallo und willkommen zurück bei Subsistence. Wir stehen immer noch in einer Höhle. So, wo ist er jetzt aufgeregt? Und unseren letzten Ausflug, von unserem letzten Gang durch die Höhle. Ich muss erstmal ganz schnell Gegenmittel nehmen, weil ich ja noch vergöften bin. So, das haben wir. Muni habe ich auch noch ein bisschen. Hungrig bin ich nicht. Ich muss nur noch ein bisschen auf meinen Lebensbalken warten, aber das werden ja jetzt noch nicht so viel noch da draußen sein oder wachsen in der Zeit. Genauso viel. Ja, ja, ja. Achso, meinst du jetzt so Kristalle, oder? Sowohl als auch. Gegner. Böset und schönet. Ja, schönet, weiß ich nicht. Wir hatten jetzt eben mal aus und dann wieder an, aber das sieht nicht so aus, als wenn hier was nachgewachsen ist. Weißt du auch nicht, wo die Gegner sind? Im Auslocken waren die ja hier vorne. Ja, sitzen sie. Hier. Oh, da kommt schon einer. Ja, die sind schon wieder getriggert. Guck mal, wir gehen in unsere Base. Uh, du Dreck. Gleich getroffen, ja. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Äh. Kann da schon so ein Ding nehmen, so. Skit! So. Okay, ich hole den nächsten. Du hast nicht so viel Leben. Doch, ich bin voll. Warte mal kurz. Warte mal kurz. Du kannst ja luken. Warte mal kurz. Warte mal kurz. Warte mal kurz. Du kannst ja luken. Warte mal kurz. Wir sind ja feige, wa? Machen wir das aus der Base, aber das ist eigentlich schon mal. Aber dann... Dann haben wir noch mal ein bisschen Zeit. Dass vielleicht was respawnt hier. Hä, hier ist gar keine Lange. Doch, da. Ach, da bist du. Scheiße. Alter. Mann, ich dachte du bist schon wieder hier. Mann, ich hab doch keine blauen Weste an. Keinen blauen Helm auf. Ja, das sägt doch von der Entfernung nicht. Komm mal ruf. Bewegt sich schieß. Ja, das war ein Männlein. Und Männlein töten. War nur Ena, ja? Hallo. Hier ist Kina. Na, dann hole ich mir was aus dem Feuer. Asche. Kann ja nicht bloß Ena sein. Ist erst Ena nachgewachsen. Kann sein, Maus, scheiß Feuer. Nee, daran orientiere ich mich. Aber nee, ist nischt. Nischt. Nischt zu sehen, dass was nachgewachsen ist hier. Dann dauert es ne Weile. Mal gucken. Mal nach oben schleichen. Doch, da ist ein Kristall. Den haben wir bestimmt nur übersehen. Nischt nicht. Ist direkt in der Nähe unserer Base. Oh fuck, da ist ne Fledermaus. Wo bist du denn noch, da bei den Banditen oben? Ja, bei dir. Na da. Ist laut. Wo ist die Fledermaus? Unter mir und so. Komm zu mir. Aber die ist nicht... Also ich glaube, ich hab sie nicht aus... Doch, ich hab sie ausgelöst. Upsi. Wo ist sie? Oh, bin ich vergiftet. Ich gucke nicht. Mit dem Bogen wird das wenig Sinn machen. Kriegst du die? Die hängt da oben an der Decke. Wo ist sie? Da. Das ist die nicht. Wo ist sie? Heiksel kriegt? Nee, die fliegt und hat noch nicht mal... Hat die Leben geschaffen? Wirklich? Da hat Kena noch, nicht Ena getroffen. Die hat volles Leben. Diese Hesli, komm, wir lassen die da. Ja, die kommt ja immer wieder. Echt, ich will die nicht. Das macht mir ja keinen Spaß. Wo hat sie sich denn hingesetzt? Ja, die kommt nicht. Ich lasse. Dann gehen wir wieder nach Hause. Ja, komm, eine Runde drehen können wir schon. Aber hier ist ja nichts mehr. Da ist er. Soll ich zu mir. Gut nicht, du triffst sie nicht. Oh, schau ich nicht. Nee, du triffst sie nicht. Ich will nicht. Ja, ich... Ich hab sie nicht gesehen gerade. Jetzt bin ich verkauft. Na toll. Er hat bloß Ruppe gemacht und ich hab wirklich nicht falsch in Richtung. Da kommt sie. Jetzt mach ich's mal ganz gemütlich. Okay, jetzt hat er so. Kann man die aufessen? Ja. Was hat die so? Fleisch und Leder. Schön. Du Mädchen. Händchen waschen. Mhm, mhm. Mhm, mhm. Ah, ich hab nur noch drei Schuss. Hast du noch eine Schrotzenmuni gefunden oder so? Äh, nein. Schade. Drei Schuss und sonst nur Bogen. Was hab ich noch für einen Bogen? 24, okay, reicht. Na, gehen wir mal eine kleine Runde gucken. Vielleicht können wir noch ins Wehrerze rauskitzeln. Das wäre schön. Wir haben noch nicht mal... Oder wir haben knapp 40. 40 ist nicht so viel. Hast du das Feuer wirklich nicht ausgemacht? Nee, ich orientier mich daran, wo ich lang geh. Dann rennt man ja auch nicht wieder rinnen. Falls da schon wieder welche nachgewachsen sind. Du rennst gegen eine Wand wie ein Ochse. Warum? Jetzt bist du tot. Hallo? Allein, allein. Allein, allein. Lässt du mich hier einfach alleine? Hallo? Schläft ein bisschen. Hallo? Ich speichere mal. Sicherheitshalber. Oder wir lassen ihn jetzt einfach hier liegen und gehen alleine auf die Jagd. Hoffen, du kommst keine Fledermaus, während ich hier alleine rumschleiche. Weil die treffe ich definitiv nicht. Dazu bin ich zu blind. Ich will nur ein bisschen sorgen, dass er jetzt ja nicht mehr antwortet. Nicht, dass er zu Hause umgekippt ist. So, so muss wieder da. Der hatte ein bisschen Internet-Ausfall. Gehen wir mal weiter auf die Jagd. Haben wir schön beide miteinander gesprochen und uns nicht gehört. Und uns gewundert. So. So, gucken wir mal, ob wir noch ein bisschen was rauskitzeln können. Hier bei Glover. Hier ist erstmal nix. Nee. Pizze. Pizze ist gut. Fledermaus. Atme, oder? Wollen wir nicht mehr. Nee. Komm, wir gehen ein Ding lang. Ich muss ja in alle Ecken und Winkeln mal gucken. Da kommen wir ja noch dran vorbei. Naja, das ist nicht respawned. Spiel ist nicht so einfach, dass man, wenn man wieder einloggt, dass man auch immer alles wieder hat. Schade. Jetzt wird mal von Vorteil. Ist denn hier endlich so lila? Ich weiß nicht, das ist irgendwie der Lichteinfall mit dem Wasser, oder was, das sich jetzt so ein bisschen komisch spiegelt. Aber hier ist wirklich überhaupt nichts. Das war nur das eine und du das garantiert übersehen worden beim letzten Mal, was du gerade gefunden hast. Ja, kann sein, das war... Ja, aber das war an der Nähe von der Base, das hätte man schon mal gesehen. Aber das andere ist noch nicht so weit. Du bist durch mich durchgesprungen, mich erschrocken. Beim letzten Mal waren da drüben die Jäger. Ich glaube, draußen wird schon wieder Nacht, aber unsere armen Hühnchen sind verhungert, bestimmt. Naja, ist ja nicht so schlimm. Ist ja nur ein Spiel. Der Kühlschrank ist noch an. Ja, das ist... Das weiß ich nicht. Ob wir da drauf geguckt haben, ob Strom alle tut war. Ansonsten müssen wir echt viel Tiere wieder schlachten. Das ist auch nicht so schlimm, aber... Das kriegt man ja immer schnell wieder zusammen. Ja, wenn wir die Runde hier fertig haben... ... scheint ja jetzt nichts großartig hier zu sein. Nee. Dann gehen wir mal nach Hause und nach der Rechten gucken. Nein, hier ist wirklich nichts. N-n-n. Doch, hier ist eh ein Erz. M-n-n. Oh, Fledermaus schon wieder. Nein. Von wo, von wo, von wo, von wo, von wo? Ich sehe sie nicht. Hinter dir. Oh, ich habe sie getroffen, aber... Ich habe sie auch... Ich habe sie gesehen. Kommt sie nochmal? Ich sehe sie nicht. Ja. Doch, da kommt sie angeflattert. Jetzt hat er sie. Puh. So. Kein Loot. Warum nicht? Gib mir. Gib mir Kristalle. Ja, wir haben noch welche. Ja, 40 ist nicht doll. Wir brauchen sie weg. Ich glaube, wir brauchen 8 Stück für eine... ... Solarpanelaufwertung. Okay. Okay. Nix. 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 Okay. Denn ich. Subsistenz. Danke für den Licht. Wieso, du hast doch die Taschen voll. Jetzt sind wir nicht so undampbar. Ich habe vier Kristallerze und drei Phosphor... Ja, die sind aber da drin. In der Kiste schon. Ja, aber nur 30. Wo ist denn das Haus? Mann. Wenn ich es nur vom Rückweg hätte er uns was geben können. Ja, dann gehen wir eben das nächste Mal nochmal. Nix. Ja, das dauert schon sehr lange, aber... ... Theories bauen. Hattest du das Feuer eigentlich ausgemacht bei den Typen? Nein. Okay. Sag da. Na gut. Dann gibt es nix mehr zu pickern hier. Nix. Mann. Dann gehen wir nach Hause. Ja. 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 Oh Mann. Und nicht mal eine Kohle. Geiz hier, Trabile. Musst du noch was essen? Nee. Okay. Was ist denn mal los? Ja, du musst den hier auspacken erstmal. Einpacken. Ich will der mitnehmen. Naja. Nimm du dir mal deine Tauchssache ein, das ist nämlich schon. Habe ich. Okay. Aber lass mir ein bisschen was zum Atmen drin. Hm. Bitte. Wow. Jetzt respawnst du hier. Pass auf, wenn wir uns angezogen haben. Echt? Steht hier wieder alles voll. Nein. Nur eins. Und wenn eins schon mal da ist. Dann kommt keins mehr. Äh. Ja, Holz und Federn und so. Oh, komm. Hier ist ein Dietrich noch drin. Oh, meins, meins. Mein Dietrich, lass ihn. Gib ihn. Nein. Ich mach die Kisten auf. Mein Dietrich, hab ich mir vom Munde abgespart. Alles. So. Ist noch mal die von? Nee. Nein. Komm. Zum Abschluss noch ein Kristall. Komm. Nein. Sei nicht so gierig. Oh, die sind schon wieder da. Nee, 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 nee. Tauchzeug anziehen und ab die Luzin. Alter. Ähm. Ja. Siehst du mich? Ja. Ja. Schwimm weg denn da oben. Gleich. Sonst stecken wir wieder fest. Ja, halt ein bisschen Abstand. Hab ich ja. Also da oben ist ja, da oben ist ja nachher der See, da musst du ja nicht direkt hinter mir. Ja, du musst aber erst mal weg da oben. Ich seh ja nicht, wo du bist, wenn du da raus bist. Oh ja, hast du's da draußen. Ja, hab ich mir gedacht. Das ist stockfinstere Nacht. Okay, wir schwimmen geradezu rüber ins Ufer und dann. Du musst erst mal warten. Ich bin noch lange nicht da. Ich weiß nicht, wo das Ufer ist. Bin ich... Ich muss ruhig. Ja, da wo die grünen Nordlichter sind. Nordlichter. Oder... Dings da, Boreauro, Dings. Oh ja. Ich guck schon mit dem Kopf raus und schwimm schon an der Oberfläche rüber. Dann brauche ich nicht so viel Sauerstoffflasche. Und auch da. Vier Grad. Kuschelig. Obwohl es ja schon... Was haben wir denn? Wir müssten doch schon April, Mai oder was sein, ne? Ja. Schön, schwimmen in... Oh, Borealis Licht. Das ist auch nicht jeder. Weißt du, ob du es denn schon? Ja, gehen wir mal am Strand lang ran. Wo bist du? Okay. Düster. Dann brennen wir uns ein bisschen ein von dem Kram und dann... Ich glaube, hier steht der Wolf. Ne. Es ist echt dunkel, ne? Mhm. Bei Globet wird schon wieder Tag. Ja. Wir sind hier lauig. Oh, mal gucken, ob unsere Hühnchen noch leben. Die leben nicht mehr. Aber atmet was. Sieht atmen. Oh, wir waren meine... Hier, brüllt es auch schon. Meine Rüstung ablegen. Ja, guten Tag, schön. Wenn auch richtig hochgekommen. Aber unten hat man eben ja keine Fühle. Man weiß eben nicht, ob man... ...n... ...n halben Tag unten war oder noch mehr. Oh, Wolfilein hinterher. Schneller. Schneller. Doch, die sind noch lebig. Und die sind noch voll. Die haben Janosch abgenommen. Ne. Nur die linken. Oh, hier sind ja keine drin, ne? Ich wollte gerade sagen, die sind schon dort. Ja, ja. Aber reicht trotzdem noch. Warte. Komm ich erst mal schnell. Bitte. Ich glaube, denen jetzt Pilze ringepackt. Nein, das sind unsere. Ach, scheiß. So. Pfirschen und Strom ist alles easy. Let's gut. So. Dann. Das Tauchding zieht wieder aus. Die Weste zieht wieder an. Ich hab ein dünnes Shirt an. Tauchding kommt raus. Das Tauchding kannst du in das Tauchdinghirn hängen. Also. Ja, ja, ja. In die Wand. So, dann mach ich mal den zweiten Schmelzi. Äh, den zweiten Förderer wieder an. Mhm, mhm. Äh. Finde an. Aber wir müssen eine Weile unterwegs sein. Wir haben 25 Erzettel. Das ist nicht schlecht. Aber wir haben es auch vorher nicht leer gemacht, glaube ich. Ne, da war bloß einer oder so. Also es war nicht so viel. Aber gut. Und jetzt schmelzen wir erstmal die Kristalle ein. Und. Dieses Phosphorzeug. Eisen heben wir noch ein bisschen auf. Kohle, siehst du? Warum heiken bloß vier Kohle in der Tasche? Hast du die in der Tasche? Ich hab 61. Okay. Vier Kohle machen den Topp halb voll. Ist ja cool. Ist nicht schlecht. Man muss ja wieder so einen Anzünder herstellen, ne? Ich hab einen bei. Den mach ich jetzt hier gar drin. Brauchen wir einen für die Sticks. Fasern. Ich kann nur einen bauen. Kann man Kohle auch einschmelzen? Ne. Leider nicht. Also gibt es keine Verwendung dafür. Dann stecke ich das hier an. So, Nägel. Haben wir eine Menge Nägel verbraucht eigentlich, oder? Naja. Naja, die ganzen Holzdinger. Da war schon ein bisschen was. Ich kann leider nur... Achso, Wasser brauchen wir auch... Naja, ja. Gieß mal hier oben. Ich kann leider nur einen herstellen. So ein Anzünder. Ja. Ich kann nicht genug fasern. Die habe ich natürlich nicht mit dem Umfang verloren. Soll ich Wasser holen? Ja, ich mach grad Beete. Ich hab aber die Flaschen. Warte mal, dann muss ich die noch ein paar... Warte, ich gieße kurz. Und dann gebe ich dir noch die leeren noch mal mit gleich. Yeah. Im Sonnenaufgang. So, zack. So, dann pack ich mal die leeren da rein. So, weiter ernen. Dann mach ich mal unten den zweiten Ofen an und dann... Der zweite ist an. Achso, weil du einen hattest. Einen hab ich angemacht, ja. Du hast ja keine Samen mehr, du. Nee, die habe ich beim letzten Mal, glaube ich, schon verwendet. Sehr viele. Dann geh ich mal Wasser holen. Achso, dann geh ich mal an den Fallen vorbei, ne? Die sind ja bestimmt nicht mehr da. Nee, die sind grün. Na, guck mal mal. Oder ist denn kaputt? Nee, nur grün. Oh, das ist ein Wolf. Level 2. Ja, ja. Hast du dich beißen lassen? Ich hab's ja gehört. Ich weiß ja nicht, warum der mich noch gekriegt hat in der Tür. So, das sieht auch wieder schön aus mit den Beeten. Oh Gott. Aufhüllen. Nee, mal gucken schnell, ob ich noch ein paar... Ähm, was habe ich denn jetzt da gemacht? So, okay. Ähm, muss ich meinen Bogen reparieren. Ja, ich muss meinen Ohr reparieren. Wir müssen mal gucken, ob wir mit den Ärzten zuerst... mit den Kristallen zuerst anfangen. Ich kann's nicht, aber mir fehlen Fasern. Okay. Dann muss ich kurz mal ne Runde drehen, ne kleine. Ähm. Und vielleicht finde ich Fasern und gleich noch ein Hühnchen. Oh. Ja, nicht wegrennen. Bleib mal hier, Kumpelchen. Bleib mal hier. Du kommst schön bei uns in den Garten, da hast du's schön. Da gibt's Fresschen. Vielleicht doch nicht, wenn wir kurz einen Ausflug machen. Oh nee, hab ich's erschossen? Oh nee. Nee, doch. Das ist ein Bär. Ich brauch Fasern, viele Fasern. Ich muss doch was reparieren. Aber haben wir nicht noch Seile da? Nö. Wir haben auch keine Bretter, wir haben ja nichts mehr. Wir müssen erst mal, dass wir weiterbauen können, ganz schön überlootnähen. Ja, das stimmt. Hier ist so ein bisschen Holz und... Fasern, die geht immer schnell. Kisten. Mini. So, Wasser voll. Das Hühnchen. Ab geht die Post. In der Uni wohnt, dass der Bogen vor sechs ist. Oh, lebt noch. Mit fünf Ohr, du musst mich beeilen. Schnell zurück, schnell zurück. Oh, Wolf. Oh, Wolf. Hunger. Das war ja... Warum hab ich denn Hunger so doll? Du hast Hunger? Ja. Muss ich erst mal dann schnell essen. Ah, bei mir ist auch gelb. Stimmt. Ach du Scheiße, das ist alles gelb. Aber wir haben ja nicht mehr dran gedacht. Nö. Nach dem Höhenausflug. Ich hatte nämlich drinnen immer nur ein paar... Ah, geht mal. Ich hatte drinnen immer nur so ein paar Klinigkeiten von den Pilzen oder so. Viel mehr drin. Ah, ich hatte ja noch Riegelchen bei. So wäre... Wäre ja nicht so schlimm gewesen. Nö, ja, trotzdem. Ich bin nie so weit runter mit Essen. Ah, hm. Zeig mal, ob du uns... Zeig ja noch das. So. Jetzt muss ich warten, bis mein Fleisch durchgebraten ist. Dann ist das wieder schön. Weil ich... Also ich lasse mich nie bis ins Gelbe und dennoch so weit runter. In der Höhle war ich noch komplett voll. Hast du es noch geschafft? Ja. Mit dem Hähnchen? Aber Fasern halt immer noch nicht. So, du, wo sitzt du. Brauchst du was essen? Hier, guck rein. Nö, nö, nö. Na, man muss trotzdem ausnehmen. Ich geh da mal auf, wie ihr habt. Ja, und ich mach mal Wasser. Fasern. So ein schöner Tag. So ein Hinanzünder... Hinanzünder konnte ich noch herstellen. Wo hast du die... Die Kohle drin? Ich weiß, nein, nein. Ich verleg mal überall noch ein bisschen nach. Häppchen und oben auch noch. Dann haben wir die Ofen wieder in Gang, soweit. In die Gänge gekommen. Ja. Da ist ne Fahrt. Na, gucken wir mal. Das ist ja ein bisschen Zeug besorgen, ne? Müssen wir, müssen wir. Bisschen Zeug besorgen. Mal gucken, was schon an Kristallen eigentlich schmolzen ist. Können wir in der nächsten... In der nächsten Folge auch ein bisschen was aufwerten. Das ist auch ganz cool. Ja, Solar wollten wir eh noch was bauen. Ein bisschen Strom. Strom machen. Ein bisschen mehr Strom machen. Für uns. Ist so ruhig. Verdächtig. Ja. Wollt noch ne Dietrich-Kiste schnell finden. Auch noch. Dann musst du kommen mit meinem Dietrich. Achso, ne, da hab ich ja ne Kiste gepackt hier. Na toll. Vorbildlich sozusagen. Ne, vorbildlich ist in der Tasche arm. Wenn wir unterwegs sind. So wie jetzt. Aber hier ist nichts. Nix da? Ne. Gut nicht. Ne, dann... Oh, da sind Banditen. Hallala. 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 Und hallali. Zeig ein Hühnchen. Da ist ein Bär. Und da ist ein Wolf. Und da sind Banditen. Oh, ne. Komm nach Hause. Komm erst mal nach Hause. Banditen machen wir gleich. Ne, ich will noch das Hähnchen. Auf dem Abend. Bleib stehen. Kaps. Oh, ne, ist tot. Mann, was bin ich denn für ein Schützer, ey. Schieß doch einfach mal ein bisschen schlechter. Ne, dann komm ich gleich mal wieder. Oh, Wolf, Bär, Kno, Hühnchen. Ja, frisch will ich denn anders. Geh. Geh weg. Wilde Tühnchen. Ob ich's kriege mit den Händen? Vergesst einmal, ich schafft. Komm her, ich will nicht. Ah, schaffst du locker. Ne, das ist viel schneller als ich. Fange doch. Wenn das anhält, ist das immer deine Chance. Ja, das hat kurz angehalten, weil ich mir zwischen die Beine laufe und dann gerade weg. Wie ärgerlich. Weg willst du? Da ist es. Jetzt für nichts. Leid bei mir. Hast du noch Ausdeuerung? Ja. Sitt schon. Aber ich bin echt ein schlechter Hühnerfänger. Die Hand war schon drüber, aber greift nicht, das alte Ars. Ich hab's. Freut sich durch. Reck in der Tasche. Oh, ne schrotze Muni für dich. So, jetzt komm ich aber zurück. Aber wir brauchen immer noch eins, ne? Eins brauchen wir nur noch, ja. Bär, Wolf, Bär, Wolf. Bär, Wünchen. Sehr schön. Schöne Runde. Dann. Renning noch schnell vor dem Wolf weg und dann machen wir Schluss für heute. Und... Dann schnappen wir uns dann... ...nächstes Mal die Wand hier, ne? Mhm. Und dann gehen wir ein bisschen fahren. Nächstes Mal ein schöner, ein schöner Ausflug. Ja, ja. Gut. Also, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin. Haut darin. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020